Hallo und herzlich willkommen zur letzten Kurswoche unseres Online-Kurses Soziale Medien und Schule für Wien, Wieso, Wozu. In dieser Kurswoche dreht sich alles um die Themen Zeit und Geld. Die Schülerinnen des BG, BAG und MG3 Hackengasse haben wir in dieser Woche befragt, wie viel Zeit und Geld sie in soziale Medien investieren. Als Fachexperten für diese Kursanheit konnten wir den Sozial- und Medienpädagogen Jürgen Ertelt gewinnen. Er stellt sich in seinem Video selbst näher vor. Übrigens, lieber Jürgen, vielen Dank für die Nominierung zur Video-Challenge. Ich denke, diese habe ich hiermit erfüllt und erledigt. Abschließend dürfen wir Sie daran erinnern, dass Sie ab 1.12. diesen Jahres eine Teilnahme-Bestätigung für diesen Kurs anfordern können, sofern Sie zumindest 75 Prozent aller Quizzes positiv absolviert haben. Wir hoffen, dass Ihnen der Kurs Spaß gemacht hat und würden uns sehr freuen, Sie bald wieder bei einem Kurs auf unserer Plattform www.ingmox.at begrüßen zu dürfen. Für 3, 2, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, Diane Mü%. Daher säga 1, 4, 5, 5, 4, 3, 20 Uhr. DегЧ fortaltee ein deliverm compress installment auf der Kurs zu 2,시고 vor dem Kurs an einfach auf der Kurs an Canyon gerektiver klone hin. Den Kurs an lässt sich σ Tigern noch dirty und sich um einen Dauber im Zollberg im Vielen Dank.